So, Hallöchen und ja, heute wollte ich mit euch diese Adventure Map, ja Adventure Schloss mit euch spielen. Die hat der Rigmund LP gemacht und ja, die wollte ich jetzt einfach mal mit euch spielen und mal gucken, wie schnell wir hier durchkommen. Und gut geschlafen? Ja, das habe ich natürlich, ich schlafe immer gut. Anweisungen. Sammle so viele Goldnuggets wie möglich. Du musst oft den richtigen Weg rausholen. Gib immer acht. Regeln. Blöcke abbauen ist strengstens verboten. Es sei denn, es wird dir gesagt, dass du es darfst. Naja, ist immer so. Spiele vorzugsweise auch friedlich. Hab ich? Ja. Viel Spaß, trolleleu, bla. Nein, ich war nicht besoffen. Spam. Tja, Spam. Das macht jeder gern. So, so sehen die Punkte aus, die du sammeln musst. Ach, das ist so ein Nugget. Manchmal muss man halt ein Nugget für mehrere zahlen. Ach, soll ich das jetzt da reinwerfen oder wie? Ja. Oh, da sind ja alle Nuggets gekommen. Das ist cool. Dann gehe ich jetzt weiter. Oh, da ist Lava. Da ist Lava. Aua. 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 Ah. Shit. Äh. Hm. Äh. 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 Kann ich mal ausgebrannt sein? Bitte, bitte, bitte. Oh, toll. Freut mich. So. Ah. 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 Boah. Äh. Ich fall ja so oft in die Lava. Schrecklich, ne? Wieso geht denn diese Kiste da nicht auf? Steht denn da? Diese Tore ist sowieso ein Dingens. Oh. Oh. Oh, ja. Hehehe. So ein kleiner Scherz von dem, ne? Ja, ein kleiner Scherz von dem. So. Ähm. Äh. Wie komme ich da rüber? Ah, ne. Doppel, ne? Hä? Warte. Boah, nee. Ich kann halt nicht. Shit. ja kann man da nicht einfach so drüber springen ach so deswegen weil das da oben auf ist ah ja das war der fehler den habe ich eingesehen und das ist doch hier auch eine klappe wo muss ich jetzt hin hier ja so jetzt gehe ich darauf boah ich dachte schon ich fall runter und dann da rauf boah ich falle mal fast runter so 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 ach so oh gott oder von stein deswegen ja dann wollen wir das einfach wie muss ich denn jetzt also das ist komisch so da machen wir das noch mal ja ich weiß ich kann nicht gut hüpfen ich bin auch nicht die hüpfmaschine hier so und dann hier und dann einmal auf ach ich will das nur aufmachen ja toll jetzt bin ich hier voll schlecht ja so kommt das ne lass mich doch ein bisschen herum hüpfen also fällen tut ja jeder aua ja das war ein bisschen zu stark gefehlt ach ey das das ist langsam nerv so ja und da so tür geh auf die auch ach nee warte ich springe gleich einfach mal über diese mauer und dann hier dann noch nicht auf der mauer rum ach so ich hab der dinge nach oben noch offen dann ist klar ach ey warum die daten ich hab da gedrückt ach leute das kann ein bisschen dauern dauer so ach so deswegen ah ich hab das wieder vergessen zuzumachen ja so da dann geht das natürlich ich bin vor der fehler hier so ach so jetzt bin ich da drauf mal jetzt bin ich da runtergefallen nee willst mich hier veräppeln ja wir sind ja auch veräppeln so 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 da und dann da und dann nur das hier aufklappen so jetzt will ich da drüber warum nicht warte ja so ich hab mal ein bisschen vorgespult damit das nicht so lange dauert und ja jetzt habe ich es hier geschafft juhu was passiert wenn ich hier drauf drückt nix und so hier ey boah okay wo bin ich jetzt gelandet ach schon aber ich hätte ins wasser fallen müssen 5 Euro 5 Euro ein Bogen ja okay dann gucken wir uns noch ein bisschen um äh 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 da ist eine kiste hier noch mehr Nuggets wie viele brauchst du vielleicht muss man das das da muss man abschließen ah ah mein Nugget mein Nugget komm äh mein Nugget wo ist mein Nugget hin was ist mit D ah jetzt komm ich da nicht dran toll und jetzt boah jetzt ist mein Nugget da äh tolle Aktion ne äh ach ne das wollte ich nicht sooo und dann mal hüpfen hüpfen na das dauert wieder ja ich kann es schlecht hüpfen bah ne 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 das dauert sooo äh scharf so idioten tipp solltest du bei jumpen ones schlecht sein dann lege das öfteren mal ein item in die truhen feuer ausboxen erlaubt wie ah in welche truhen h lehzen ach ach den rather s 3 austral ich bin bei jump sens h A A die Stärken A wie na ein bisschen waren es sich ausgebrannt A er hat mich bereitet er hätte ich bereitet aber nicht mehr okay als Scheiße so 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 ist ein brenner aus so solange nicht und gar nicht leer ich kenne mal wieder so erwarten bis die herzen voll sind herzen herzen so toll jeder braucht herzen ja jeder hoch herzen boah jetzt habe ich das geschafft gut aus allen nennen so jetzt okay das kann ewig so weitergehen ach toll okay da habe ich wieder ein bisschen vorgespielt das bin ich hier so ja wie komme ich dein ziel ist es den wagen was den wagen hatte den wagen zu detektor zu bringen detektor wasser wasser das sieht schön aus das sieht schön aus power schienenwechsel aussichtsturm aussichtsturm ja ja wie mache ich das denn jetzt ach so ein schienenwechsel so drücken wieder schienen wechseln drücken wo ist denn die detektor weil da ist die ja schon das ist gut so juhu ich bin weiter es könnte natürlich auch sein dass da irgendwo so ein nugget versteckt war und ich das nicht gesehen habe vielleicht kann man die kiss hier öffnen ne kann man nicht so vielleicht ist der einzelne wasser versteckt es kann auch sein ne da im wasser ist nix schade 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 vielleicht auch im aussichtsturm ich weiß nicht warte wenn das ist also ja verstanden das war das vorhin gut weiter geht und was passiert dass der drücke nichts anweisen zur nächsten challenge aussteigen verboten ist verboten mit dem button gibt man gab mit dem lieber stellt man die weichen um aussteigen ist nur erlaubt wenn es dir sagt wird oder wenn du das rätsel gelöst hast viel spaß abteil jetzt bin ich dann angefangenen sollen sollen so ein dingeln da ach so dass sich ist dahinten dass mein kann hier für a so drauf drücken ach so ja da so ich jetzt eingestiegen ja bin ich wieder drücken wieder drücken so dann fahren wir warte war da nicht so ein schalter ich kann drücken war einfach nochmal wenn ich gleich in den lava fahr ey jetzt war ärger wie hatte da ach da ist ein schalter das ist schön also so verreicht und jetzt sind da 7 als fahrer feiter drücken um welche also wieder falsch die nähe gibt es da stellt man die Weiche um an der die Scheiter sind immer so da oben als schon wieder an entscheidend komme ich jetzt das wieder ein Schalter und dann so hier darfst du kurz aufstehen kurz wie und jetzt wie jetzt darf ich kurz aufstehen was denn jetzt passiert hä was denn jetzt passiert hier darf ich da aufstehen ne ist jetzt irgendwas passiert ich weiß es nicht ich weiß nicht was ist denn da jetzt passiert hä hä ah da ist ein goldner mh keine ahnung also dann muss ich da ja auch weiter fahren dass es wieder ein goldner wird ich weiß nicht wo ich nicht dann lang muss hä wo war ich denn äh ausgestiegen ah da ne so dann fahre ich da mal weiter wende man da nur kurz wende man da nur kurz wende man da nur kurz geben da war doch ein schild ne wenn das rätsel jetzt gelöst ist dass du nun aufstehen was für ein rätsel hm hab ich denn jetzt schon wieder geöffnet hm ah da ist eine tür gut so das ist schön jetzt bin ich hier weiter jetzt geht es weiter so wo kommen wir denn jetzt durch ne kein labyrinth oder ne oh labyrinth oh god da brauche ich ewig durchzufüllen ewig und drei tagen oder der hebel zur freie ich bin jetzt der hebel zur freie oh ah willkommen im hause des herren gehe weiter und du kannst dir eine kleine belohnung holen was für eine belohnung hm hm so das ist der sei des herren werfe ein trash item in die slots um zusätzlich goldnage zu verdienen äh das ist das ende welche punkte hattest du werfe doch einen blick auf die punkte bitte oh mein gott ach ja ich hab 18 hm ach ich will gar nichts hm 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 18 hm holen ja teuren ist dieses adventure schloss hier jetzt abgeschlossen er hat spaß gemacht obwohl ich so schlecht war ja Ich war halt 18, äh, ja, ich war halt, hab halt 18 Nuggets gesammelt. Toll, ich bin gar nichts. Ja, aber hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Mal wieder so eine kleine Adventure-Match.